Musik 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 Ja man da, bin hier mit den Jungs? Jetzt wird es ernst. Bereit halten für Einsatz im Kriegsgebiet. Wir sehen uns nach später. Musik 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 haben wir ihn? ne hier oben die sind da ganz oben auf dem ist tot, ist nocky oh vom dach in auto vision aber in auto vision was sehen sie aus? da landet jemand? die sind alle da drüben die snipen ja nehmt euren Loot Jungs für Perks hier oben ja komm ich posh den glaube ich ja wo markiert ist wir müssen hier aufpassen bei blau aufpassen sie sind hinter uns sie sind hier oben hinter uns hinter uns auf dem dach? ja ja direkt unter uns bombendrohne ah der hat neulich gekauft der holt ja shoot break bombendrohne bombendrohne oh mein Gott digga einer ist unten draußen auf jeden Fall einer ist eliminiert ey beim ich hab auch einen digga der hat sich von hinten reingeschlägt ey nehmt ihr eingedowned ey kenna nehmt ihr wo unten hier ist nur noch einer ne? mhm an dem müssen wir haben ja nice ich bin zwar aus versehen runtergefallen aber aber ich sag euch für echtes Worsum wäre mir zu schlecht haha ja man digga mit auf dem spiel bin ich viel zu schnell und viel zu unkoordiniert digga jeder läuft einfach wie er will ja das auch ist immer so so muss sein ich bin nicht gespielt tatsächlich die fand ich bis jetzt am besten digga keine ahnung die ist auch gut mit dieser anfangsmission hat auch geschaut ja mal mit dem auspuff ne kein Waktaschiff zu kaufen spiel lieber mit uns Borderlands haha ich hab auf jeden Fall früher immer also MW3 Black Ops 2 Zeiten immer zu Silvester die Kampagne mit nem Kollegen gespielt immer abends ja Hammer das ist geil jedes Spiel jedes Kopfschritt jedes Jahr ey übersät einfach mit ey hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns Tyson bei dir er pusht er pusht er pusht Scheiße bei dem er shit break der ganz warm und close auf jeden Fall ey scheiß Waffe hab ich digga oh mein Gott ey von wo von wo hier draußen draußen Bro hier drin shit break ich hab nur einen gesehen hm jo ich glaub die pushen uns ja die pushen uns definitiv ja die pushen uns definitiv pass auf da links alle links nice hinter 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 da drinnen liegt ein links dreht sie auch nicht ja ich kann gar nicht krass brr Halt Stellung Halt Stellung nicht wiederbeleben brr brr scheiße brr brr unlucky können wir unseren Staff holen oder nicht wo ist er ob wir unseren Staff holen können oh warte ich hab Bomben Drohne ja das ist doch geil diese Bomben Drohne aber ich kann ihn nicht ja direkt über uns und ganz oben auf dem Dach weg 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 mal eine Bomben Drohne wieder so hier ist Glas Kapazieren wo ich möchte weg ok die sind hier hier sind ganz viele ganz ganz viele einer ist noch einer ist noch richtig Bomben Drohne unsere ja ey lass mal zu denen hier vorne hier sind welche gelandet Snog hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns jetzt er kommt jungen crazy er hat uns alle einer bei Kasse fuck hey kennel äh ach man scheiße schade da 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 da